Ich mache heute die Vertretungsstunde für Professor Sprout und da nehmen wir Alraunen durch. Die Gemeinde Alraune oder Mandragora ist ja dafür bekannt, einen Schrei auszustoßen, der tödlich ist für jeden, der ihn hört. Ihr bräuchtet euch aber keine Sorgen machen, unsere Alraunen sind noch sehr jung. Ihr würdet nur für mehrere Stunden ohnmächtig werden. Das passiert aber nicht, wenn ihr eure Kopfhörer ordentlich aufgesetzt habt. Und ja, es braucht nicht unbedingt ein rosa-plüschiges Exemplar sein, sondern das, was euch am besten gefällt. Nun würde ich sagen, topfen wir die Alraune doch einfach um. Ihr seht schon, die Alraune fängt an zu schreien und zu bibbern, weil ihr schon kalt ist. Aber ihr braucht euch ja keine Sorgen machen, wenn ihr die...